Es ist ein außergewöhnliches Projekt. Wir wollen einen richtig guten Kaffee. Einen Kaffee von höchster Bio-Qualität. Und zwar fair und direkt gehandelt. Ohne Umwege. Wir wollen die Menschen, die für uns den Kaffee anbauen, persönlich kennen. Und genau deswegen haben wir uns auf die Reise gemacht. Mein Name ist Klaus Peter von der Bäckerei Peter und wir befinden uns hier in Nicaragua. Im Norden Nicaraguas, im Hochland von Chinotega, da, womit der beste Kaffee der Welt wächst, genau da gibt es die Kooperative Compov. Eine Erzeugergemeinschaft von 50 Kleinbauern, die für uns, für Bäcker Peter, ab sofort den Kaffee anbaut. Es ist keine Massenproduktion, es ist Anbau im Einklang mit der Natur. Und das kann man schmecken. Wir haben noch keine Erfahrung mit solchen direkten Kooperationen, aber wir freuen uns natürlich sehr darüber. Wir fangen jetzt an zu arbeiten und was wir sagen können, unser Kaffee ist exzellent, auch wenn wir darüber keine wissenschaftlichen Studien oder so etwas haben. Generell gilt, je höher das Anbaugebiet, desto besser die Qualität. In der Regel geht es nur rauf auf 1000, 1200, 1300 Meter, aber wir sind jetzt hier bei 1750 Meter. Heraus kommt ein besonderer Kaffee aus feinsten Katurabohnen. Sie wachsen auf kleinen Bio-Plantagen, die sich perfekt in das Ökosystem des Regenwalds einfügen. In zahlreichen Verkostungen haben wir uns von der außergewöhnlichen Qualität überzeugt. Für uns ein wichtiger Grund, persönlich nach Nicaragua zu reisen, aber bei weitem nicht der einzige Grund. Wir suchen Kaffee aus und wollen gleichzeitig uns kümmern um die Infrastruktur hier in den Anbaugebieten. Wir sind ganz im Norden Nicaraguas, wie Willi, und es gibt hier eine Kooperative, die wir unterstützen wollen, durch unseren Direkteinkauf, auch nachhaltig und sozial. Und es macht einfach ein gutes Gefühl für uns, zu sagen, wir kennen die Anbauer und wir kennen den Kaffee. Den Kaffee, den wir heute uns begucken, werden wir im nächsten Jahr in unseren Geschäften anbieten können. Das ist ein hervorragendes Gefühl, das zu kennen, wo es wächst, wie es wächst und die Menschen dazu. Für uns ein wichtiger Punkt der Bäcker-Peter Unternehmenskultur. Ein faires Miteinander. Völlig egal, ob unsere Partner aus Deutschland kommen oder wie jetzt beim Kaffee aus Nicaragua. Denn die Bauern aus Chinultega helfen uns, besondere Ziele zu erreichen. Wir wollen einen einzigartigen Kaffee haben, der besonders gut schmeckt und den es nur bei Bäcker-Peter gibt. Extra dafür haben wir die Zusammenarbeit mit Nicaragua begonnen, sind im Herbst 2013 zum ersten Mal dorthin geflogen und versprochen, wir kommen wieder. Jedes Jahr. Das hat die Vorteile für die Menschen vor Ort, dass sie uns als Kunden kennen, dass sie die Zusage von uns auch eins zu eins bekommen haben, dass wir den Kaffee, den wir verabredet haben, der für uns angebaut wird, auch abnehmen und zu einem von uns vereinbarten Preis. Und das ist, völlig zu Recht, ein richtig guter Preis für einen richtig, richtig guten Kaffee. Oder? Ja.